Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Mecklenburger Rippenbraten. Der Mecklenburger Rippenbraten ist ein mit Backpflaumen gefüllter Schweinsbraten. Für 4 bis 6 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Fleisch 1,4 kg Schweinebauch mit Rippen und Schwarte Säulicher Apfel 150 g Backpflaumen 5 Esslöffel frisches Semmelmehl oder ein Fertigprodukt aus dem Handel 2 Esslöffel Butterschmalz Getrockneter Majoran Frisch gemahlener Pfeffer Salz Soße 250 ml kochendes Wasser 250 ml Rinder, Gemüse oder Würfelbrühe Große Zwiebel 1 Esslöffel Karottenwürfel 1 Esslöffel Knollenselleriewürfel 1 Esslöffel Tomatenmark oder ein Fertigprodukt aus dem Handel 1 Esslöffel Lauchwürfel der weiße Anteil Frischer Thymianzweig Lorbeerblatt Frisch gemahlener Pfeffer Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Backgitter Topf Saftpfanne Pfanne Schüssel Sparschäler Spicknadel Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Die Rippen beim Metzger in der Mitte leicht einknicken lassen, das Fleisch sollte übereinander liegen. Das Backgitter auf die zweite Schiene von unten geben. Das Fleisch unter kaltem Wasser abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und klein würfeln. Das Fleisch von innen mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Auf die eine Fleischhälfte die Apfelwürfel, das Semmelmehl und die Backpflaumen geben. Die Leere über die belegte Hälfte klappen und zusammennähen. Das Backrohr auf 200 Grad Celsius vorheizen. Fertigstellung Das Gemüse putzen und in kleine Würfel schneiden, siehe Bruneus-Technik. Das Wasser mit der Brühe zum Kochen bringen. Das Fleisch in einer Pfanne von beiden Seiten in Butterschmalz anbraten und mit Salz, Pfeffer würzen. Das Fleisch in die Saftpfanne legen und in den Ofen geben. Das Gemüse im Fett leicht anrösten, tomatisieren und mit der kochenden Flüssigkeit ablöschen. Den Bratensatz mit einem Kochlöffel loskratzen und mit den Gewürzen, den Pfanneninhalt in die Saftpfanne gießen. Das Fleisch zwischendurch wenden und öfters mit dem Bratenfond übergießen. Das Fleisch herausnehmen, das Küchengarn entfernen und in Scheiben aufschneiden. Die Soße abschmecken. Als Beilagen eignen sich Kartoffelbrei, Petersilienkartoffeln oder Salzkartoffeln. Rotkohl, Rotkraut mit Maroni oder Rotkraut mit Preiselbeeren. Diese Varianten gibt es. Wer mag, kann die Soße binden oder durch ein Feinsieb streichen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Vielen Dank! Vielen Dank.